Ihr stört die Badegäste! Es ist ja gar keiner da! Müsst trainieren, Alter! So, jetzt raus, alle! Du bist so ein Arschloch! Das Bad ist in einem katastrophalen Zustand. Die finanzielle Situation ist schockierend. Deshalb wird uns nichts übrig bleiben, als das Freibad zu schließen. Wie wäre es, wenn ich dafür Townhouses im Landhaus-Stil hinstelle? Der braucht einen Job und du brauchst Hilfe. Der kann nicht mal schwimmen! Was kann ich machen? Regel Nummer eins, ein Schwimmmeister setzt sich immer durch. Sprungturm! Nicht Stehturm! Sie springen jetzt! Ansonsten lernen Sie mich kennen! So töten wie Sie kennen die Show und die will keine Sau kennenlernen! Regel Nummer zwei, null Toleranz. Auf Bahn 6 ist Kraulen verboten! Ich brauche eine Bürgerwehr! Welche Unterschriften brauche ich denn? So 600. 600? Bist du bescheuert? Du musst den Ball wollen! Ich versuch's ja! Nimm den Arsch und Zwirt! Wenn ihr mir helft, die Unterschriften für das Bürgerbegehren zu sammeln, dann mache ich den Sali fürs Finale fit! Er Torwart mit Schwimmflügel, Coach. Das geht wirklich nicht. Das ist doch nicht nur meine Heimat, das ist doch auch eure Heimat! Dann willst du kämpfen! Auf die Demokratie! Herr Rieger! Runter jetzt! Rieger Nummer vier, Ruhe bewahren, Krankenwagen rufen, Telefon ist immer im Büro. 1, 1, 2! 1, 2! 1, 2! 2, 3! 4! 1, 3! 5!